Derren Leute, was geht ab und willkommen zum neuen Video und heute, wie ihr seht, warte, äh, sind wir in Season 7 und ich werde mir jetzt erstmal den V-Bucks aufladen. Oh, schneller. Komm, schneller. So, bestellen und bezahlen. Okay, 1000. Okay, wir haben genug. Na, wir erwärmen uns jetzt mal den normalen V-Bucks. Okay. Okay. 1300. Nee. Den und den ich feier aber den leer. Okay. 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 Also, und ein Backpack. Es sieht nicht mehr so schön aus. 1300. Wie viel bekomme ich noch? Und gekauft. Und gekauft. Und Runde-Biwaps. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Oh, wie süß. ist es. Wirklich? Okay, nein. So, Luxlo. So, das ist jetzt mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach. Und ja, dann tschüss.